So ein warmes Wetter wie das jetzt hier in der Isle of Man, das hatte ich in dem ganzen Urlaub seit dem 15. Mai noch nicht. Ich hatte zwar mal Sonnenschein, aber so richtig jetzt sind das bestimmt 25 Grad, auch wenn das ein bisschen bedeckt aussieht hier im Hintergrund mit den Wollen. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich hier so eine Art Sommer erlebe. Ich bin irgendwie immer da, wo das schlechte Wetter ist. Oder wo es ein schlechtes Wetter ist, wo der Regen ist. Also jetzt. Das ist der Kalf Sound, da ist es sehr turbulent hier. Wir sind jetzt hier fast bei Slack. Oha, das hier wohl ist, wenn das richtig spürt und auch noch Wintergegen ist. Irgendwie habe ich mich da doch mit der Tide vertan. Ich habe gedacht, wir kommen hier bei Slack durch. Irgendwie sind wir auch nicht so, wenn man es sieht. So, wir sind jetzt durch den Kalf Sound durch. Aber hier ist immer noch so viel Strom. Normalerweise ein bisschen über sechs Knoten fahren. Ich schaffe aber gerade mal drei. Und so, wenn wir gleich da bei dem Ankerplatz sind, das ist noch, naja, drei Seben, eine Stunde. Und so, wenn wir kommen, wir haben. Untertitelung des ZDF, 2020